Moin, ich bin Marcel und mache aktuell eine Ausbildung zum Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung bei Interugare in Bielefeld. Wir bei Interugare kümmern uns um den gesamten Bereich der Marktforschung. Sprich, der Kunde kommt auf einen zu und möchte wissen, wie sein Produkt oder auch diese Werbemittel auf seine Kunden wirkt. Dabei fangen wir bei der Studienkonstruktion an und enden in der Handlungsempfehlung für den Kunden. Damit durchlaufen wir die Fragebogenprogrammierung, die Datenanalyse und die Visualisierung der Daten. Ich bin aktuell im Bereich Marketing Research tätig, durchlaufe aber während der gesamten Ausbildungszeit noch die Bereiche Fragebogenprogrammierung und Datenanalyse. Aktuell befasse ich mich mit der Aufbereitung von Materialien, des Testen von Fragebögen, sprich wurde alles richtig programmiert, über das Zusammenfassen von offenen Nennungen, bis hin zur Visualisierung und auch das Checken von Daten mittels Vorbund. Ich arbeite total gerne im Bereich Marktforschung, weil ich schon immer gerne mit Zahlen gearbeitet habe und man hier sehr viel damit zu tun hat. Außerdem lernt man viel über verschiedene Branchen kennen, sei es nun von Müsli bis hin zum Auto. Wir haben halt jedes Produkt schon mal so gehabt. Und am Ende des Tages kann man auch mit Stolz sagen, ja hier an dem Projekt habe ich mitgearbeitet und sehe dann das neue Produkt auf dem Markt. Ich habe mich hier direkt von der ersten Sekunde an total wohlgefühlt. Man ist direkt mittendrin in der Arbeit, man ist von einem jungen Team umgeben, man arbeitet immer wieder in verschiedenen kleinen Teams zusammen, so dass der Berufsalltag abwechslungsreich gestaltet ist. Warum diese Ausbildung? Wenn ihr total gerne mit Zahlen arbeitet, ein analytisches Verständnis aufweist, gerne im Team arbeitet und auch gerne einen abwechslungsreichen Berufsalltag haben wollt, dann ist genau dieser Beruf für euch gemacht.